Hey, willkommen zurück zu... und so weiter und so fort. Jetzt können wir uns aber mal auf ein Match gefasst machen, weil es ist mindestens ein Streamer hier in der Lobby. Und zwei, ich glaube, Legacy Max. Vielleicht wird das hier ein bisschen interessanter. Womöglich wird es für mich auch sehr, sehr vernichtend. Wir werden sehen. Okay, mein Totem ist hier erstmal safe. Zumindest für diese Minute. Ja, 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 ja. Ja? Ja? Machen wir das so? Okay. Ja, ja, ja. Hado, hado, fucker, boy. Grüß dich. Hä? Ich kann das erklären. Meine Keule war zu kurz und, äh, also, mit meiner Keule, äh, da gab es irgendwie ein kleines, dezentes Problem. Ihr müsst verstehen. Ich, äh, äh, ich muss das noch üben. Ich bin, ich bin hier ziemlich, äh, ja. Hallo? Hallo? Oh, ich dachte, sie rennt zurück. Funktioniert bei denen nicht. Wow, und dann legge sie sie näher übrigens. Yikes! Ich weiß nicht, ob es sie lohnt, hier durch den, äh, durch den Jungle Gym zu jagen. Ich weiß nicht, ob die Mag Air irgendwie ein Vorherd ist. Sie macht nicht den Anschein. Oh, Moment mal. Das ist schon mal. Yeah, 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 yeah. Komm, wir spielen Shaq. Juhu! Jetzt hätte ich sägen können. So viel zu der interessanteren Runde, Freunde. Okay, das ist, äh, nicht 2016, Alter. Diese Tricks funktionieren nicht mehr. Just saying. Ich bin auch schon eine Runde länger hier am Start. Hallo? Trashern halt auch die Gents viel zu schnell. Sie ist jetzt hier, äh, rausgesprungen, weil sie weiß, hätte sie das nicht gemacht. Was tust du, Alter? Hätte sie den Hit nicht kassiert, dann, äh, wäre sie gekettet und sägt worden. Ich hoffe zumindest, dass das ihr Plan war. Ich schätze sie zumindest als so gut ein, aber... So einer straight in line juken gegen den Hübeli? Oder die Waldfee, oder? Weiß ja nicht. Ich glaube, da gehören ein paar andere Strategien schon irgendwie dazu, ha? Oh, pass auf, Alter! Huch! Yes! Jane Romero! Nochmal. Wo ist er da rechts? Hallo? Kein Dead Art? Hat in dem Spiel irgendwie keiner Dead Art? Krass. Shaq ist auf jeden Fall eliminiert. Das ist schon mal sehr gut. Jetzt ist jemand zurückgerannt, um wahrscheinlich die Meg, äh, irgendwie zu retten. Aber ja. Oh, sie sind alle da. Ja, die ganze Crews am Start. Uhu. Na, Herzlich? Durchgeschwung, Alter. Ich fress Paletten zum Frühstück. Ich fress sie zum Frühstück. Eigentlich macht es überhaupt keinen Sinn, hier irgendwie lang zu jagen. Oh, ich hab's gewusst. Ich hätte es irgendwie beten sollen. Hätte ich jetzt zuletzt gelacht, aber okay. Young, wir sind mal hier. Mal sehen, was sie kann. Huch! Funktioniert jedes Mal. Funktioniert jedes Mal. Okay. 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 Not afraid. Okay. Okay. Schöner Name. Hab ich mir auch so gedacht in der Lobby. Oh, shit. Zwei Legacy Max. Oh, fuck. Oder halt eine Nea und zwei Legacy Survivor Spieler. Juhu. Hallöchen, meine schöne. Papi ist wieder da. Ja, 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 ja. Hui, bis weh. Hui, bis weh. Okay. Okay. Die Merk ist ein verdammter Vorhälter, Alter. Bist du hier lang? Oh, sie ist da lang. Wieso ohne sie mal hier lang? Weil da ist eine ziemliche Dead Zone. Okay, du sohnst dich selber, Alter. Das war eigentlich nicht der Plan. So, du bist tot, Liebli. Dead Heart, komm. Hat es kein Dead Heart, glaube ich. Die Nähe hatte. Das muss ich mir merken. Aber wir haben dem Team hier ganz schön Einheit geboten, würde ich sagen. Es ist zumindest, zumindest interessanter. Es sind keine super krassen Survivor hier. Aber immerhin. Oh. Oh, fuck Nia. Oh, fuck Nia. Dead Heart. Yes. So sieht es nämlich aus. Sick. Sick of hurt, man. Sick nasty. Richtig frech. Richtig dreist von dir. So, meine Liebe. Jetzt pass mal auf. Irgendwo müsste ja die Jane noch sein. Da oben ist die Mag. Die Twitch Mag. Oh. Oh. Hi. Ähm. Hahaha. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Nice, nice. Wäre sie zur Palette gegangen, wäre sie down. Also so, so, so ungefähr. Ja, jetzt hat die Twitch Mag da oben Druck. Komm schon. Woll deine freien Leck haben. Ich bin mir nicht so. Ich könnte das hier jetzt locker irgendwie zu meinem Vorteil ausbauen, aber, ähm, nach. Oh, Hallöchen. Im Sinne von ein bisschen campiger spielen, aber, ähm. Ich weiß nicht, wo die Mag ist. Ich sehe sie nicht. Wo du leuchtest so schön. Oha. Warte mal, da ist sie. Was macht ihr denn alle, Alter? What the fuck? Bin's da hier? Oh, ich dachte jetzt. Ich dachte jetzt. Euer Ruhm wäre zunichte. Hätte ich dir das gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die Jane hier dazugehört. Dead art, dead art, dead art, dead art. Sick. Sicker dead art. Nice perk. Ja, Leute. Da sieht man's mal. Man darf keine Angst haben vor Skins, Alter. Es sind bloß Skins. Die Legacy-Gruppe hier weggeschlachtet, Alter. Das heißt halt auch nicht, dass sie lo- Es ist halt wie bei mir. Ich hab halt auch viele Skins, so. Aber. Ich bin jetzt nicht sonderlich gut. Mit Survivor. Oh, die, die. Ähm. Dingens, die Nia. Oh, warte mal. Die Nia kann noch nicht raus. Weil, ich glaub, die Mag hingen noch gar nicht. Doch, die hingen. Die hingen schon. Ich hab schon vier Barbecue- und Chili-Slacks. Moment mal, wo bist du? Aber sie ist noch nicht Dead Hook. Ich glaub, näher ist Dead Hook. Ja? Bist eigentlich relativ auffällig. Ich würd grad sagen. Verstecken hier ist nicht mehr mit dem Skin. Ja, da oder da? Komm, komm, Shaq. Tom, da, da hat alles angefangen. Zurück zu den Ursprüngen, ha? So. Easy. Papapapapapapapapisi. Uah. Okay. 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 Das war ein schönes Match. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ach. Gucken, ob wir irgendwas sagen. Mag das irgendwer übersetzen? Vermutlich will ich das gar nicht wissen, was das ist. Die GVP. Hey, Doppelpip. Hey. Hell yeah. Nice. Ping. Oh, nice Ping. Oh. Oh. Ja, wenn du aus Russland hier mit mir spielst. Oh, sorry. Yeah. Ping killed you. Chainsaw. Right. Right. Didi. Vor allem, das check ich immer nicht. Das ist halt Bullshit. Also ich bin hier mit dem Kabel drin. Mein Ping kann halt nicht so krass von A nach B wandern. Wisst ihr, was ich meine? Weil in der Lobby war es fein. Die hatten alle 150 höchstens zu mir. Was okay ist. Das ist absolut spielbar. So. Das ist sogar ganz guter Ping, so im Durchschnitt. Es kann nicht sein, dass du auf einmal dann im Spiel und dann sagen, ja, ja, der Ping, genau. Wenn du hinter einer Palette T-Bags und ich säge da durch und du schaffst es halt nicht rechtzeitig um die Ecke, bist du halt tot, so. Dann nützt dir halt auch guter Ping nicht so viel. So, sowas zum Beispiel. Um jetzt mal für die... Ach nee, das war die Nair? Whatever. Whatever. Auf jeden Fall gab es halt keine Situation, wo mir Lag irgendwie doch an der einen Palette hätte vielleicht. Ja, ist egal. Ist egal. Ich habe sie geschafft, Leute. Darum geht es. Haha, meinen Job gemacht. Ähm, die hatten alle eine perfekte Verbindung. Ich kann es ja hier mal einblenden, die Lobby. Ich glaube, ich habe sie... Ich weiß nicht, ob ich sie drauf habe. Keine Ahnung. Aber, äh, ja. Egal. Ich muss mich nicht rechtfertigen. Ähm, bis dann. Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns.